Zock, McFloy. Wir können auch kurz mal schauen, ob hier noch irgendwas ist, ob wir schon mal hier waren. Das Piratenstiff haben wir doch schon gemacht. Guck, da ist die Fahne. Das heißt, dass wir den erlegt haben, oder? Ja, wir hatten die Fahne schon. Wir hatten auch eine Fahne. Also haben wir das Haus. Wir können aber auch einen Run and Gun machen, das habe ich hier gesehen. Ja, kommt mich abok auf den Kopf. Ah, nee. Hier sind wir durchgegangen. Nee, da waren wir doch. Und da kommen wir, ne? Ja, ich glaube, da kommen wir. Aber den haben wir trotzdem noch nicht, das Haus. Warum haben wir das Haus noch nicht gemacht? Ist das so schwer gewesen? Ich will kunden. Ich habe auch noch einen Run and Gun. Wir haben keinen Run and Gun. Das links ist das letzte Run and Gun, glaube ich. So. Da sind wir jetzt das tollste Run and Gun. Ja, das ist die jetzt, wenn wir machen. Ja, guck, wir sollen hier so viel Zeit verschwenden. Dramatik, fanatik. Aber wenn das jetzt hier die letzte Area ist, dann wird das ja wohl dementsprechend schwer sein. Ist es nicht. Achso, ja klar, das ist die letzte Insel. Ah, man kann auf diese Enkel drauf. Ah, was? Ich bin in die reingedascht. Ah, ich... Nein, 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 nein. Ja, nein, 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 nein. Ja, nein, 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 nein. Das ist geil, weil die einen dann so ablägt. Die ist weg, die ist weggefahren. Das nächste Theaterstück. Babyflasche? Nein, diese scheiß Fächer. Babyflasche. Ja, das sind so Babyflaschen. Oh, guck mal, die hat am Ende nochmal so eine Überphase wahrscheinlich. Kannst da schocken gucken hier. Hau doch wegen dir an! Ja, ja, genau! Oh mein Gott! Guck! Das war doch nur Zufall! Nee! Das kann nicht nach dem 10. Mal nur Zufall sein! Ja, wie soll ich jetzt da rankommen? Sorry! Ah, guck mal, der verliert sein Herz! Kriegt man dann ein Leben davon? Hast du's gesehen? Ja, 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 stimmt doch! Die war droht! Warum hast du nicht? Ich hab genau gesehen, dass du mich angeguckt hast! Du musst auf das Spiel gucken! Ja, aber ich hab's gesehen! Ja, hab's gesehen! Ja, hab's gesehen! Da! Ach, ich bin das ja! Nein! Ich dachte, ich bin gestorben! Ich wollte dieses Herz! Du weißt, dass du deine vier Leben voll hattest! Ja, aber... So musst du gucken! Ja, aber ich hatte ja nur noch ein Leben! Deshalb bin ich da hingesprungen! Weil ich mir gedacht hab, okay, ich hab... Ach so, aber warum ist das denn nicht gut? Weil ich gestorben bin! Und dann hast du mich nicht wieder... Du hättest mich locker wiederholen können! Okay, hätte ich jetzt gedacht, dass es klappt! Mit dem Ducken! Ach so, vielleicht kann man das abschießen! Okay... Wenn die Welle jetzt kommt... Ducken und auf die Füße von dem Typen! Du guckst du Schamachis nach links! Okay... Wie zum Teil, wie soll man denn da ausweichen? Blitze! Oh! Nightling! Stand da oben links! Viel Spaß! Wir wechseln aber auch fast nie den Schuss, oder? Ich hab grad gewechselt! Ja! Du musst den Meteorit irgendwie nutzen, glaub ich! Der kommt nicht ohne Wunder runter! Ah, jetzt! Und jetzt kannst du damit deschen! Ja! Okay! Okay! Nochmal! Bitte Ohr! War ich kaputt? Ah, okay! Jetzt kommt die letzte Phase! Du hast einen Stern! Das ist sehr gut! Der Schirm! Okay! Gut! Hätte ich jetzt nicht gedacht... Das hätte ich tötet! Ja! Echt nicht? Okay! Ich wollte gerade sagen... Weicht doch aus! Okay! Ich wollte gerade ausrufen... Weicht doch aus! Komm her, komm her, komm her, komm her! Und! Spring! Wirнь! Nice! Oh! Leider! Derult ist unbeschützt! Ja! Ja! Sie ist los! Aber was soll ich tun? Nein, da komme ich nicht mehr ran. Ich weiß nicht, ich hätte nicht springen dürfen. Egal, mach die so fertig. Ich wollte mich nicht mehr verwechseln. Ich hatte Angst vor der Rose. Hast du gesehen, dass du eine Rose untergefallen? Nee. Wollen wir jetzt kommen schon? Ich glaube nicht, aber ich wusste es ja nicht. Dann bin ich irgendwie nach rechts wieder und dann in den Schirm rein. Man weiß ja bei dem Spiel nicht. Eigentlich ist ja alles irgendwie kacke. Ja, wir haben... Wir haben das Problem. Wir haben das Problem, weil jetzt glaube ich, dass wir die unterbrochen haben, die Faseln. Und dann die Dinger da geblieben sind, weißt du? Von den Faseln. Das ist doch so eine Scheiße! Wollen wir kurz noch machen? Nee. Ah! Nein! Wie asozial. Hey! So viel Pech kann man doch nicht haben! Wollen die mich verarschen, ey? Okay, das ist, wenn man zu viel Leben abzieht direkt. Aber wir wollen ja viel Leben abziehen, ne? Ich glaube, du musst dir auch meinen holen. Der ist einfach übelst stark. Hinten da? Ja, guck mal, ich treffe die ja nicht oft. Aber meiner macht auch Doppel-Damage oder so, ne? Denn ich hab die nicht kurz. Aber guck mal, ich hab die ja wirklich nur zwei, drei Mal einmal getroffen. Und das hat schon dafür gesorgt, dass die Phase übersprungen worden ist. Dass sie mit den Blitzen heißt ja, dass diese Blitze kommen, heißt ja, dass diese Phase übersprungen wird, direkt die erste. Bevor sie überhaupt ja richtig kommt. Das ist aber... Nee, glaub ich nicht. Ich glaub nicht, dass der Meteorit vorkommt. Das ist nicht wahr. Nicht, dass der Meteorit kommt, früher. Ich kann mir vorstellen, dass die Blitze vorkommen, aber dann ohne den Meteoriten. Ich hab überhaupt nicht aufgepasst. Kannst du nochmal kurz... Ich will mir nochmal ganz kurz die Attacken durchlesen. Boah, ich hab nichts verloren. Pass auf, diese scheiß Dinger. Boah, ich hab nichts verloren, ich drücke rüber weiter. Ah. Man kann ja nicht richtig rumspringen. Nein, ich bin dort. Nein, 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 kommst du mir nicht ran. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Giga-Putz! Ich lachs. Pini. So bringt der Greenscreen nichts, oder? Ja, das ist ja. Nein, nicht der... Ah, scheiße, das war doch nichts mehr, oder? Patti, du bist mit der Nase schon an der Fahne. Hol mich, hol mich, hol mich! Ah, hol mich! Ah, nein, hol mich! Ah, nein, hol mich! Hidden! Wie geht's denn? Wo sind wir? Oh, das ist ja Fix! Spring! 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 Bist in die Reine gedenkt, oder? Okay, let's go! Motherfucker! Oh shit! Da wollte ich mal meinen Motorrad probieren. Hä? Wo bist du denn da jetzt gestorben? Ich glaub da war ne Rose. Also sind die Rosen doch gefährlich? Ja, sonst wär das so einfach. Warum denn die Blitze auf einmal? Also, das war noch nie ein Problem. Ja, das ist... Da sieht man nix! Ich hatte wirklich einen Müllplan, wo ich war. Und ein... Au! Ich hatte einen Müllplan, wo ich da war, wie ich das war. Was ist das? Nein! Nein! Ah, der ist ja, das ist der beste Zeit. Ich kann den Schirm hier, ich kann den Schirm hier aufhalten. Ja, ok. Nein, nein! Hört auf die Hosen auf. Ah, er kommt zu dir! Nein! Du musst ihn fertig machen, komm. Mach keinen Super, vertraue mir, du bist ein Scheiß. Ja! BAM! Wie böse dein Lachen war. Weil du gemerkt hast, dass du es nicht als Schirm bekleiden kannst. Ja, nur den HP-Bundus nicht. B. Best New Record! Auf der ganzen Welt. Uh, das war echt einiges. Ich will jetzt nochmal so ein... Jump'n'Run-Spiel spielen.